Anfang September erwartet uns eine Dokumentationsfortsetzung in den deutschen Kinos, in der einmal mehr Al Gore Dreh- und Angelpunkt ist. Und damit geht es hier jetzt um immer noch eine unbequeme Wahrheit. Elf Jahre nach einer unbequeme Wahrheit befindet sich Al Gore nach wie vor extrem engagiert im Thema Klimawandel. Dabei geht es um dessen Folgen, politische Abkommen, neue Technologien sowie Rückschläge und Hoffnung. Im Kern steht die simple Frage, ob man den einfachen Weg gehen will oder den richtigen. Und dass es nichts bringt, in Staaten zu denken, wenn wir alle das gleiche Zuhause, den gleichen Planeten und somit das gleiche Schicksal teilen. Die am häufigsten kritisierte Szene in eine unbequeme Wahrheit war die Darstellung, wie der Anstieg des Meeresspiegels, verstärkt durch Sturmfluten, das 9-11-Memorial überschwemmt. Und viele meinten, wir übertreiben. Hurricane Sandy erreichte letzte Nacht New York und überflutete die Baustelle des World Trade Centers. Immer noch eine unbequeme Wahrheit geht 100 Minuten. Eine Altersfreigabe ist momentan noch nicht bekannt. Aber ich tippe mal auf ein FSK 0 und startet ab dem 7. September 2017 in den deutschen Kinos. Und elf Jahre nach einer unbequeme Wahrheit geht es also weiter rund um Al Gore, sein Engagement rund um das Thema Klimawandel. Und er zeigt elf Jahre später, was hat sich verändert. Was für neue Technologien gibt es? Was für neue Hoffnungen? Was für Rückschläge gab es in der Vergangenheit? Wie bewegt sich die Politik weltweit? Was für Veränderungen aufgrund großer Klimakatastrophen und immer stärkere Klima-Ausschläge gibt es weltweit? Was für Folgen hat es auch, was das Thema Flüchtlinge angeht? Weil es gibt nicht nur politische Flüchtlinge oder Flüchtlinge aus Kriegsregionen, sondern auch Flüchtlinge aus Regionen, die einfach nicht mehr bewohnbar sind aufgrund von Folgen des Klimawandels. Und so werden viele Aspekte aufgegriffen. Dabei entsteht eine Dokumentation, die recht sachlich ist. Sie will nicht zu sehr politisieren, sie will nicht zu sehr Stimmung machen, sie will nicht zu sehr populistisch sein, sondern sie will aufzeigen, wo sind wir, wo bewegt sich unser Weg hin, was können wir tun. Und vor allem versucht diese Dokumentation ein Bild zu schaffen, dafür auch teilweise Terrorismus als Ankerpunkt zu nehmen oder einfach nur ein Bild vom Planeten Erde, aber das ordentlich eingepflegt, weil während diese Dokumentation in Städten erzählt wird, kommt es nämlich zu den Anschlägen rund um das Bataclan und Paris, während es aber auch zur Planung des Klimaabkommens oder einer Klimakonferenz kommt und zeigt damit aber ein gemeinsames Wir-Gefühl auf. Und das versucht diese Dokumentation teilweise zu transportieren auf dieses Thema, dass wir alle ein Planeten haben, ein Zuhause, ein Schicksal, das wir teilen und das egal, wie sehr wir versuchen, in Staaten oder Regionen zu denken und wer vielleicht Vor- oder Nachteile hat oder wen es mehr oder weniger betrifft, wir alle dieses gemeinsame Schicksal von diesem Ein-Zuhause haben. Damit ist es eine interessante und auch wichtige Grundposition, die diese Dokumentation bezieht, ohne zu sehr mit erhobenen Zeigefinger auf diejenigen zu zeigen, die vielleicht nicht einen bestimmten Standpunkt vertreten, nicht eine bestimmte Bereitwilligkeit, sondern einfach zeigen, auf was wir alle hinaussteuern werden, wenn wir nicht aufpassen, achten und irgendwann die Kurve kriegen. Das ist erst einmal die Grundidee hinter dieser Dokumentation, die rundumbildlich gelungen ist, bei der Al Gore nämlich, nachher kurz über das Schauspielerische, insofern man das bei der Dokumentation überhaupt sagen kann, im Mittelpunkt steht. Das wird quasi nebenbei ein Porträt über ihn gezeichnet, wo er sich hinentwickelt, menschlich, aber auch über seine Kontaktemöglichkeiten und seine Macht. Als ehemaliger Vizepräsident der Vereinigten Staaten von Amerika und Friedens Nobelpreisträger hat er einfach auch Kontakte in die höchsten Ebenen, sowohl in der Politik als auch in der Wirtschaft. Und diese nutzt er eben auch, und das ist ein ganz wichtiger Kernpunkt innerhalb dieser Doku, um eben Dinge zu bewirken und zu verändern. Das macht ihn sehr authentisch und höchst sympathisch. Inwiefern vielleicht manche Momente ein wenig hindrapiert sind, um noch ein wenig sympathischer zu wirken, sei mal dahergestellt, darauf kann man spekulieren, aber auf jeden Fall ist der Zweck dazu auf jeden Fall gut und richtig an dieser Stelle, sodass ich sagen muss, am Ende ein sehr sympathisches Auftreten. Ich persönlich durfte diese Dokumentation in seiner Anwesenheit schauen und muss ganz ehrlich sagen, danach hat sich für mich ein positives Bild von ihm abgezeichnet, noch stärker, als es es in der Vergangenheit gab. Die Kameraarbeit innerhalb von immer noch eine unbequeme Wahrheit ist dokumentarisch, sie zeigt eben viele Bilder an der Seite von Al Gore, wenn er Leute interviewt, wenn er auf Reisen ist, wenn er auf Menschen trifft oder bestimmte Kongresse besucht oder selbst Redner ist auf Veranstaltungen und von Events, die er selbst inszeniert, rund um das Thema Klimawandel. Das Szenenbild wechselt eben dementsprechend rund um den Erdball in dieser Doku. Die Musik ist begleitend, Kostüm und Make-up, wenn man das sehen wollte. Wir finden uns natürlich in einem Kreis recht mächtiger und einflussreicher Leute, das heißt, wir sehen eine ganze Menge Anzugträger-Effekte, gibt es bei dieser Doku nicht, über die man jetzt großartig reden müsste. Ist es auf jeden Fall interessant zu sehen, dass diese 100 Minuten, wenn man mich fragt, was finde ich gut an dieser Doku, sehr kurzweilig wirken. Das ist ein wichtiges Thema, was man nicht aus den Augen verlieren sollte. Die Dokumentation hat grundsätzlich einen hoffnungsvollen Anklang und sie wirkt authentisch, sie hat gute Bilder. Das sind am Anfang die von Gletschern und ganze Flüsse, die entstehen aufgrund von Schmelzen und vor allem wissenschaftlich fundierten Aussagen, wie sie zumindest wirken, innerhalb dieser Dokumentation. Die Bilder schaffen die auch immer wieder unter die Haut gehen, vor allem in Krisenkatastrophen, wenn es zu Unwetterlagen kommt, wenn Menschen gerettet werden, vor dem Ertrinken und das einfach nur so, wie es über Nachrichtensender lief, gezeigt wird, dann geht das einfach verdammt nochmal unter die Haut. Und so gibt es erschreckende, aber auch sehr, sehr hoffnungsvolle und schöne Momente innerhalb dieser Dokumentation, die dementsprechend berührend sein kann, aber auf jeden Fall ein wichtiges Thema anspricht, mit dem wir uns alle beschäftigen müssen an dieser Stelle. Und das sind eben Aspekte, die zusammenführen, eben von außen betrachtet. Ein einfaches Bild vom Planeten Erde zeigt einfach, dass wir alle dort leben und dass es unser Zuhause ist. Und so einfach kann man das manchmal abstrahieren und das macht die Doku gut. Wenn man mich fragt, das finde ich vielleicht nicht so gut an der Doku, sie bringt zu wenige Einzelbeispiele. Die Dokumentation arbeitet viel auf der Ebene der Politik, großen Bestimmungen, Gesetzgebungen, Abkommen, die man international trifft, um bestimmte Ziele zu erreichen und den CO2-Ausstoß zu verringern. Ein wichtiges Thema. Nur hinterlässt sie dabei keine Spur in den einzelnen Konsumenten. Keine Antwort darauf, was kann ich jetzt zum Beispiel tun? Große Themen wären natürlich die Logistikbranche gewesen, wäre natürlich Verkehr im Allgemeinen gewesen, wäre auch Fleischkonsum gewesen und der CO2-Ausstoß aufgrund von Viehzucht und so weiter und so fort. Diese Themen werden alle nicht wirklich berührt, sondern man bleibt hoch auf der politischen Ebene. Das ist okay, weil man sonst auch eine Doku zu überlagern kann, kann man aber als negativen Aspekt auf jeden Fall hier einbringen. Und vieles, was passiert, ist eben auf der ganz großen Bühne. Ich hätte mir noch ein wenig mehr Klein-Klein gewünscht innerhalb dessen. Am Ende ist es ein wichtiges Thema und eigentlich kann man diese Art Dokumentation jedem empfehlen. Man sollte zumindest darüber nachdenken, was man tut. Und das ist ein Grund, letztlich ja eigentlich schon Menschenverstand zu erahnen, dass es niemals schlecht sein kann, weniger Umweltschmutz und Ausstoß zu produzieren als mehr davon. Egal wie viele Skeptiker, Kritiker, Aussagen, Gegenwerte es gibt. Es ist ebenfalls auch eine Branche, in der große Industrien ihr Fuß haben, in der viel Lobbyismus stattfindet und auch Verwirrung eine gezielte Strategie sein kann, um den Menschen davon abzubringen, vielleicht ein bestimmtes Ziel zu verfolgen. Und deswegen kann ich nur von mir persönlich reden. Schon von klein auf bin ich mit dem Thema Ozonschicht, was das bedeutet, was Umwelt, was Ausstoß von Verbrennungsgas und allem, was dazugehört, groß geworden. Ich habe nie wirklich daran gezweifelt, dass es diesen Klimawandel gibt und habe für mich persönlich beschlossen, wann immer ich konnte, zumindest meine kleinen Schritte zu gehen. Seitdem ich ausgezogen bin, habe ich irgendwann immer wieder angefangen oder immer wieder ausschließlich nur strombezogen aus rein erneuerbaren Energiequellen, wo kein Atom und was beigemischt ist. Ich habe aufgehört, Fleisch zu essen, weil für mich das mit ein wichtiges Thema war, einen geringeren ökologischen Fußabdruck irgendwie zu hinterlassen. Wenn ich mich fortbewege, soll das am liebsten elektromobil oder ganz ohne Gas ausstoß vorkommen. Und das sind so die kleinen Schritte, die wir wahrscheinlich tun können. Auf jeden Fall ist das Wichtige, bei einer solchen Dokumentation danach wahrscheinlich zu diskutieren, aufzuklären, zu hinterfragen, Meinungen jeder Art zuzulassen. Und deswegen kann ich sie nur empfehlen, weil sie eben nicht zu sehr mit groß erhobenen Zeigefinger daherkommen will. Und deswegen muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen, ist vor allem elf Jahre später auch ein hoffnungsvollerer Blick als noch im Jahr 2006 von Al Gore und eine sympathische Figur, die mittendrin ist. Und klar, man kann viel diskutieren, das sollte man auch. Das ist ein demokratischer Ansatz und ein wichtiges Thema. Und deswegen große Empfehlung von mir, was immer noch eine unbequeme Wahrheit angeht, Dokumentationen. Und da liegen bei mir ja keine Erwertungen, aber an dieser Stelle wollte ich auf jeden Fall gerne darüber berichten. So, damit bin ich auch am Ende. Meiner Revue zu immer noch eine unbequeme Wahrheit. Ab dem 7. September startet diese Doku in den deutschen Kinos. Und ich danke fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmeschauen. Bis zum nächsten Mal.